Das ZDF traute sich nicht, dieses Interview auszustrahlen. Letzte kurze Frage. Es hat am Ende dieses Spiels eine unschöne Begegnung von Leverkusen- und Frankfurt-Fans gegeben. Da sollen extra ein paar Frankfurt-Ultras hierher gereist sein, um Leverkusen eine unliebsame Bekanntschaft zu machen. Was sagen Sie dazu? Ja, die haben sich wahrscheinlich ausgeredet und haben sich halt mal ein bisschen gekloppt. Das ist ja für das, dass das jetzt so lange kein Fußball war und die Team-Üblichkeit nicht oft war. Aber wenn es beide gewollt haben, dann ist es ja okay. Wenn es beide wollen, dann ist es okay? Ja, warum nicht? Das passiert ja öfter. Gehört auch irgendwie zum Fußball. Oder ihr könnt auch wieder über etwas berichten. Die haben Spaß beim Kämpfen. Wir müssen Interviews dazu beantworten und jeder hat etwas davon. Ist ja nichts Schlimmes. Alles klar.